Aufgrund der Pandemie ist der Spielbetrieb der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg-Neustrelitz vorerst bis zum 20. Februar ausgesetzt. Dennoch laufen die Arbeiten im Hintergrund weiter. Seit dem 24. Januar ist auf den Social-Media-Kanälen des Theaters das Stück Die Wand als digitale Ausführung zu sehen. So soll es trotz geschlossener Türen möglich sein, die Kunst des Theaters zu erleben.